Was ist das Wasserapport? Wie ein Blind-Apport aufgebaut wird, erkläre ich bei den Videos über Voran, Rechts-Links und Back-Apport. Das Einüben dieses Verhaltens ist vor allem für Hunde wichtig, die später die Partner von Jägern sind. Dann braucht euer Partner auch diese Hilfestellung nicht mehr. Die Pfiffe, die ihr immer wieder im Hintergrund hört, sind entweder Such- oder Kommpfiffe. In Zukunft wird es dahingehend weitere Videos geben, wie unter anderem der Aufbau bei verschiedenen Welpen. Das war ein Video über den Wasserapport. Hat es euch gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr noch mehr über Hundetraining oder meine Seminare erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Kanal oder besucht mich direkt auf meiner Website. Bis bald bei einem meiner nächsten Videos.